So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, 20 Minuten oder so habe ich gebraucht, um diese Scheiße hier durchzukriegen. So, und jetzt geht weiter. Endlich. Ja, super. Dafür habe ich keine Muni und ich habe einfach... An sich bin ich komplett im Arsch. Oh Mann, oh Mann. Ich will jetzt einfach nur, dass das Spiel ja jetzt zu Ende geht. Ich will mich nicht durchkämpfen, Mann. Erstens kostet das so viel Zweit und zweitens keinen Bock mehr, Mann. Wir müssen doch hier mal durch sein, mal bald. So, zack. Noch mal nachladen. Was war das? Kontakt! Nimm das! Hup. Oh, zack. Einfach nur hoch, einfach nicht treffen lassen. Zickzack ist mir scheißegal, mal einen Sprung dazwischen. Ist mir scheißegal. So, gib Speicher. Danke. Problem, wir haben nur noch 8 Schuss. Nur noch 8 Schuss in der guten Diegel. Und wir müssen wahrscheinlich immer noch, weiß ich wie weit erlaufen. Kann natürlich jetzt wieder ein Fehler gewesen sein, dass ich jetzt auf die Waffe wechseln, weil ich jetzt in dem Moment vielleicht einen Sniper brauche. Du bist unwohl, ja. Du bist unwohl, ja. Du bist unwohl, ja. Oh, hey. Endlich. Hoi. Na. Komm, rennen weg. Oh. Oh. ja wie jetzt 20 schuss wo ich denn jetzt sind ich glaube jetzt müssen wir ein bisschen springen oder ich hätte eben doch mal gucken sollen wie weit ich das noch habe immerhin speicherpunkt schön okay schau ich nie im leben also war da muss ich mich fallen lassen okay das heißt wahrscheinlich wirklich wie der sprung passage dann muss ich nach links springen würde ich jetzt mal meinen und dann passt es machen weil wir klettern passage einfach jump and run vor allem das game das bietet ja ich habe ja nichts dagegen das bietet ja auch schöne passagen so ist es nicht so wie jetzt so dieses klettern alles drum und dran ist ja ist ja alles cool gemacht aber so mit dem ganzen kämpfen und alles ist halt teilweise ein bisschen ja und wir gemacht mal immer noch das und wir richten kacke gemacht bringen wir es zu ende von mir aus sie sind ausgebrannt nicht mehr als eine leere hülle ohne ziel ohne herz jemand wie sie kann mich nicht besiegen der einzige dem gleich das herz fehlt sind sie sie haben schon zu viel meiner wertvollen zeit gestohlen schießt ihm in den kopf ich glaube der tut ist jetzt wütend alter leckst mich warum können die mich nicht einmal in ruhe lassen verstehe ich nicht sie können mich halt nicht ein einziges mal in ruhe lassen das ist halt ja keine ahnung so kate ihr freund hat geweint bevor er starb er hat nach ihnen gerufen aber sie sind nicht gekommen er war ein hinterlistiges schwein aber er war mutiger als sie es hier sein werden sie sind verflucht carver spüren sie das etwa nicht ihre kräfte haben ihnen den tod nicht erleuchtung gebracht er begleitet sie um sie herum sterben alle lauf weg kate wir treffen uns nachdem ich dieses arschloch umgelegt habe vergessen sie es carver die dame hat mir geld angeboten damit ich sie am leben lasse aber ich glaube sie hat jetzt verstanden dass nur ihr leben zwischen ihr und der frau ihre kräfte sind fort sie werden in der gewissheit sterben dass die frau sie verraten hat die tragödie nimmt ihren lauf ich habe halt keine kräfte mehr alter leer fähig wer weiß wie viel müll ich da rein bolzen jetzt muss in dem typen okay das funktioniert zumindest nicht alter wieso wurden mir meine kräfte geraubt ansonsten habe ich einmal flatsch flatsch gemacht und dann ist er weg ich habe da brauche ich eher weniger frage ist halt wirklich wie viel wieviel frisst ihr ist der typ tot wenn alle sollen gefallen sind oder wann ist er erledigt da viel 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 ja 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 Ich habe zwei Magazine, ist okay, das kann man definitiv so nehmen Oh, okay Gut, ich habe einen einzigen HP Einen einzigen HP Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll Wenn er mal nicht so viel umherspringen würde Der Spacko Der Dude hat einfach mal mehrere Stufen Oh Guckt mal, ich habe meine Energie wieder Jawohl, komm her du Drecksau Wo bist du? Okay Der hält auf jeden Fall gut aus Ich muss halt aufpassen Auf meine Energie haben wir hier vielleicht ein Ding noch Aua Eine Rüstung haben wir auf jeden Fall nicht, schade Bis dahinten Da oben ist ein Ding, ein Minikit Da müsste ich ganz gerne mal ran Da ist er Komm her du Sau Der kann noch nicht mehr so viel schaffen Der kann noch nicht mehr so viel haben Okay, er verpisst sich Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall Stufe Nummer zwei schon mal geschafft Okay Doch keine Stufe Ist der Fäckig? Ich werde sie in Stücke reißen Wissen Sie, was das Schlimmste an uns Unwürdigen ist? Wir bescheißen Oh nein Bitte töte mich nicht Ich wusste einfach keinen Ausweg Mir war klar, dass du ihn töten würdest Dass du zu stark bist Spar dir die Tränen Früher hätte ich vielleicht auch so gehandelt Es wäre so menschlich gewesen Okay, das scheint wohl zu Ende zu sein, das Game Jo Kommt noch nichts was? Ne Oh, endlich Dankeschön, Alter Wir sind durch Relativ unspektakuläres Ende Cooler Bossfight Ja Gut, das wo wir dann die Dinge jetzt wieder haben Ist okay Aber so an sich ist Evolution Ich weiß es nicht Evolution hat halt paar Sehr unfaire Passagen Alleine die Brückenpassage Gut, da habe ich mich wieder Wahrscheinlich ein bisschen blöd angestellt War auch wieder zu hastig Mit ein bisschen entspannter Sache Wäre es auf jeden Fall besser gewesen Ich habe mich nachher hinter so einen Sandsack Barriere da versteckt Denn es hat nachher funktioniert Ja gut, manche Sachen war ich einfach zu schnell Aber manche Sachen waren halt einfach Weiß ich nicht Einfach unfair Alleine mit dem Berghank Wo von vorne ein Raketenwerfer kommt Und von hinten Egal Game ist durch Ich denke mal 10 Minuten 20 Minuten muss ich hier rausschneiden Das heißt, wir sind bei 3,5 Bei 4 Stunden Irgendwann bei 4 Stunden Ist okay Sind nochmal 20 Parts Die sollten eigentlich für dieses Jahr reichen Und dann gibt es nächstes Jahr einen Commander Conquer Red Alert Sowjets Oder Allianz Als erstes Weiß ich noch nicht Was als erstes kommt Auf jeden Fall Das wird wahrscheinlich Voraussichtlich als letzte Richtige Let's Play Zum Ende des Jahres Sein Also zum Aktuell Gut Wenn ihr es aktuell Also vom aktuellen Sicht Gibt es nochmal Battlefield 5 Die komische Singleplayer Briefing Was da immer ist Die kleine Story Zu den einzelnen Spielern Aber das war's Ja Nichtsdestotrotz Hoffe es hat euch gefallen Auch wenn hier viel, viel Frust und Rage Und hast du nicht gesehen drin war Ich hoffe Das Game hat euch trotzdem gefallen Predator Far Cry Instincts Predator Ist auf jeden Fall jetzt komplett durch Spielwunsch komplett abgearbeitet Das heißt Wenn ihr einen neuen Spielwunsch habt Und sagt Hey Spiel mal Beispielsweise Paraworld Oder sonst irgendwas Einfach reinschreiben Und dann mal gucken Wenn ich das Game habe Und mir also mir zusagt Falls ich es nicht habe Wird es auf jeden Fall kommen Zeitmäßig kann ich es halt nie sagen Aber nichtsdestotrotz Hoffe es hat euch gefallen Hau da rein Bis zum nächsten Mal Ihr könnt natürlich da Feedback da lassen Was ihr von dem Spiel Komplett haltet Von den ganzen Situationen Die hier drin waren Von den ganzen Stellen Ob das wirklich gerechtfertigt war Oder einfach für ein Ja Naja Ihr wisst schon Auf jeden Fall Haut rein Habt noch einen schönen Tag Abend Nacht Whatever Wann ihr das halt guckt Auf jeden Fall Hau da rein Bis zum nächsten Mal Ciao Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal